Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mein Gott! So jetzt aber nochmal Bede Girl Boa Junge! Verpiss dich, verpiss dich da verpiss dich Ich bring doch jetzt ein n DM NEEEEIN EPIC FAIL EPIC FAIL Ja, auf einmal wieder vier Ups, äh. Ja, hast du gerade bei den Coopers abgeräumt. Irgendwas, ja, ja, stimmt. So, und jetzt nochmal, aber richtig. Yeah, macht das überhaupt keinen Spaß ohne Feder. Du hast alles verloren. Vor allem, die kommt dann noch, die zweite Feder kam dann noch so ungünstig runter, dass ich sie dann direkt verloren hab. Loser! Nein! Nein, das geht nicht. Komm, ich mach das eben mal. Ja, gut, du kommst zurück, oder was? Ja, sicher. Nein, kommst du nicht. Ah doch, kommst du ja. Ja, genau. Das kann ich jetzt machen. Ja, okay, viel Spaß. Was du schlecht bist. Überrasse ich mal ihn. Guck mich anzutatschen. Sorry, sorry. Oh, ich sehe schon, da ist man mit Skill am Werk. Pfff! Gut, auch. Gut, das hätte ich auch gekonnt. Hab ich ja auch. Ja, den brauch ich noch. Ja, komm, komm. Yes. Nein! Gut geworfen. Okay. Jetzt kommt der auch noch hier, oder was? Wie heißen die? Wie heißen die? Das sind doch die Ninjis, oder? Nein. Nein. Doch, ey. Pff! Ja! Mein Gott! Das sind die Ninjis. Klar sind das, diese kleinen... ...schwarzen... ...Bastarde, oder was? ...schwarzen Flohbeutel da. So, das ist echt schwer, so ein Fehler. So, das ist echt schwer, so ein Fehler. Du musst aufpassen. Drei Yoshi-Mensch. Schaff nicht mehr. Da, an der Kante runter. Bonus Game! Ja! Nein! Oh! Ja! 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 Was? Egal. Oder sieben, aber ich kann nicht stellen. Boah! Und? Hast du... hast du ein Leben verdient? Zehn? Nein, natürlich, hat er nicht. Puum! 40! Puum! Kommst auch mal bald zum Bonus Game. Ja, ja. Das war aber Trinken auf den Shop. Ja. Was kommt da jetzt? Was für eine Kaste? Na? Na, das ist doch kein Kaste. Ah, was? Genau, ey! Guck mal, da ist nur so ein kleines Plus-Level davor. Donut Plains 4. Hast dich wieder zum Sterben. Na... Nein! Waaah! Eiskalt! Hab ich ihn weggeschnappt. Ich hab's nicht gesehen. Kannst du mal machen? Okay, hier. Fick dich, Blume. Multi-Kill. Was? Gönn dir! Nein! 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 Hallo? Was geht mit Röhrer? Waaah! Waaah! Ah, hier geht's rein. Natürlich. Gut, ich will wieder anfangen, oder was? Nein. Ah, nee, noch nicht. Nein, du lässt dich verarschen von dir. Alter! Was? Hier ist ein kleines... Nein, Gott, ey! Nein! Mein Gott, ey! In Nähe! Wir sind präzise Sprünge. Fuck! Nein! Ist das mies? Das ist... Ist das mies? Schreibt's euch in die Kommentare, wie mies der Junge ist. Schreibt's euch rein. Ja, finden wir! Die ersten, die wir alle gemacht haben. Ja, wer hat's... Wir haben wahrscheinlich nur auf die Burg gegeiert. Ja, genau. Und das hier ist Skill, oder was? Das ist gar kein Skill. Ja, cool! Jaaa, cool! Da kann die schon... Da kann die auch... Da kann die auch... Schlecht! Mein Gott! Ich dachte, ich könnte ja das richtig schön fertig machen, ja. Dann würde mir das gut so machen, oder? Pfff! Hättest mal die Klingeln ausziehen können. Mein Gott! Pff! Oho! Nimm du mal! Besser als nichts, ne? Wie du? Ja? Ja, okay. Oh, der geht rein. Oh, Doppel Cooper! Euch brauche ich noch, wie geil! Boah! Was ist denn hier los? Das ist passiert. Ja genau! Ja, ja. Jetzt kommt was. Boah! 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 Oh, das ist übertrieben. Ja, hier. Hab ich den Mittelpunkt gemacht für dich. Dieser Bastard, Alter. Da fliegst du raus. Nein, Yoshi, super. Willst du ihn nicht? Weg mit den Yoshi. Ich hab's nicht gesagt gerne. Trottel zum Trottel. Fehler! Boah! Boah, mein Gott! Spring doch! Spring! Nein! Mein Gott, was machst du da? Ich will's so machen! Mein Gott! Mein Gott! Ich will's so machen. Yes! Ja, brauch den noch. Ja, hab ich den noch abgeräumt. Habt ihr gesehen? Nein! Ja! Ja! Vorziel! Das ist schade, weil... Ich hab's echt verdient gehabt. Nein, du bist nur... Überall drüber geflogen. Ah, jetzt kann man vom Mittelpunkt der Erde ausmachen. So. Aha! Kennen die Leute, da kommt so ein Yoshi raus. Nein, den will ich aber nicht! Doch, ich nehm ihn mit. Weil ich sonst nicht sterbe. Darauf hab ich keinen Bock. Ja, du hast ihn nicht gewollt, letztendlich. Junge, du triffst das Ding nicht! Ja, ich mach jetzt so ein bisschen spannender Wort. Boom! Nein, keine Blume! Ich mach doch ne Blume! Nein, boah! Genau der! Skill! Das war auch kein Skill. Okay, das war Glück. Nein! Nein, Yoshi! Nein, Yoshi, Alter! Was geht mit euch, ey? Alter, was geht? Ob du mit den Apfel noch wegfressen? Ja! Der in einem Busch gewachsen ist! Igitt! Ist das die Kraft! Ah, Zwickmühle, Zwickmühle, ah! Was für Zwickmühle? Mein Gott, ey! Wie Yoshi immer geht! Spiel ab von Yoshi! Boom! 40 Punkte! Bam! 40 Punkte! Ja, wer kann jetzt die Kasu machen? Ja, die, ey! Verrückt! Du seh, wie da sterben! Wie bei Iggy! Iggy! Pff! Mordens Kasu! Ey, warum bin ich wieder klein? Ah, weil der wäre nicht wissen! Frimpy! Los, Frimpy! WAH! Ja! Skill! Lach die Nause! Juga! Oh mein Gott! In den Proben? Ja! Die ich alleine gemacht hab, blieb's immer so gut! Juga, da hat nicht so viel Skill! Nein! Nein! Ja, schön! Aber das hier ist jetzt das Richtige! Kann nix sein! Das tun Sicherheit! Nein! Egal! Ist mir gesund! Ist dann noch getroffen! Ja, da oben geht's weiter! Ja, ja, ja! Wuhuu! Über dem Türstehen! Cool! Da wollt ihr gar nicht lang jetzt! Da wollt ihr gar nicht lang jetzt! Jump! Jump! Cool! Ich möchte die Items da! Ich geb mir Pilz! Boom! Pilz! 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 Ah, das schaff ich auch noch! Easy! Boat Tanks! Nein! Das kommt hier nicht! Ich warte ab! Spring nicht! Spring! Spring! Risiko! Wuhuu! Ja! Genau! Boom! Junge! Nein! Nein! Der kommt wieder! Der kommt wieder! Ah! Angst! Panic in the house! Panic in the house! Ja, jetzt wird's witzig! Boing! Hä? Was ist denn jetzt? Ah! Okay! Boom! Hab ich dich ausradiert! Kleiner... Bastard! Stirb! 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 Oh mein Gott! Ahaha! Der Skill! Das schwirma braucht der! Ah! Mein Gott! Hier! Pff! Hallo! Ich möchte irgendwie ein Item! Mein Gott! Mein Gott! Hä? Ach! Ich muss auf... Ach! So! Natürlich! Ist ja selbstverständlich! Nein! Geht's hier lang! Rechts! Du bist radikal! Zweil in die Ritze! Nein! Ich will die Ritze! In die Kämmer! Ich will die Ritze! In die Ritze! In die Ritze! In die Kämmer! Ich will die Ritze! Boss! 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 Martin! Martin! Ah! Könnt doch euch vorspuren! Ah! Das sind zu Sicherheit! Fuck! Ja! Dann muss der Junge die ganze Welt retten! Ja, guck mal was jetzt in der Szene steht! Das war einfach nur schlecht programmiert! Dank dir! Boom! Boom! Chuck Norris Roundhouse Kick! Boom! Nein, wo steht der? Nein, wo steht der? Ja, Mario! Fick dich! Sein Mann ist Mario grün! Luigi hat ruhig gemacht in der Zeit! Ja! Ich muss mal die Sachen hier... Kannst du jetzt trotzdem mal so weiter... Nein! Okay! Okay, ist behindert! Ja! Okay! Und weiter! Vanilla Dome 1! Ab jetzt beweise ich's Geld! Ja! Drück! Danke! Neue Welt! Neue Chance für dich! Mario Start! Ach rot! Boah! Das ist knapp, ey! Mein Gott! Was macht ihr, Junge da? Was? Das war einfach nur Skillpuff! Ja, was für Skill! Zudem ich drück nur nach rechts und manchmal... Hier, hier! Was ist das? Ja, schön! Guck mal, das ist schon die ganze Zeit! Der Zuschauer weiß es! Genau! Er weiß es! Oh, da kommt ein Pilz raus! Boah! Wo kommt ein Pilz raus? Keine Ahnung! Hab's noch nie gespielt! Ich weiß es nicht! Nein, 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 nein! Vor allem... Leider können wir ja nicht hoch, ey! Na gut, wo gibts denn die roten Schalter? Ich weiß es nicht! Ja, dann such mal! Such! Los! Warum ist hier nochmal so ne Erhöhung? Was soll denn Spaß denn? Was soll denn was sein, ne? Na gut, war da Decker oder bist du Rubitz? Wie gestoßen? Keine Ahnung! Hä? Warte! Hallo! Das ist ne Decke! Was ist das denn für ein Scheiß? Kommen wir nach oben, vielleicht passiert irgendwas! Huh! Das trifft ja nicht! Oh, ein Stern! Nein! Mein Gott! Junge, weil er sich klingt so... Oh Gott! Oh Gott! Boah, da unten ist er noch! Ja, komm springen die hinten her! Scheiß drauf, den brauch ich eh nicht! Nein, mein Gott! Mein Gott! Jawoll! Dreck mir den raus! Mein Gott! Hallo, warum fall die runter? Keine Ahnung! Zaaack! Easy, ey! Easy? Oh, der ist ja bitte groß! Verbogen! Ich muss gleich mal bei der Konfiguration gucken! Oh Gott! Nein! Ey, nur weil du so schlecht bist, kannst du nicht alles auf Controller schieben! Ja, zu voll! Guck mal, der duckt sich an! Guck mal, ey! Ja, dann macht er damit! Mach ich auch die ganze Zeit! Nein, das ist genauso! Nein, das ist nicht! Ich mach's jetzt mal damit! Jetzt siehst du, das ist genauso duftig schlimm! Nein! Mein Gott! Okay, das war schon ein bisschen besser! Guck mal hier! Das Gute ist! Wow! Verdammt! Der geht nicht hoch! Genau! Uh, mein vom Reigen geknallt ist! Mein Gott! Wow! Oh! 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 Oh!